Hallo und herzlich willkommen, Leute, zurück zu Kult of the Lamb, liebe Freunde. Wir haben in unserem kleinen Kult schon ein bisschen was erlebt und ja, wir haben hier einen Spion. Ja, keine Ahnung, was er da macht. Der wird auf jeden Fall bald abhauen. Und dann wir haben zwei neue Dinger. Also hier, Leute, und ja, eins, Leute, nennen wir Guido. Guido, ja, ne, wird er so getrieben. Guido, so, und. Und dann haben wir noch ein Wildschwein. Achso, ja, ja, alles gut, Mörtyre. So, und das wird dann Pudding. Und als nächstes, Leute, wird dann Christopher noch kommen. So, wir machen jetzt erstmal schnell was zu essen hier. Was willst du, Pokémon? Entschuldige, Einführer. Ich finde Hyrule in Anura. Ja, ja, können wir gerne machen. Ein Anura, wo war Anura? So, erstmal Gras-Mahlzeichen. Dann machen wir noch ein bisschen Beeren. Hackfleisch. Was, Anhänger-Hackfleisch? Ne. Zu weit kommt's noch. Geht wohl los, ja, ey. So, eins, zwei, drei, vier. Appel. Oh, scheiße. Angebrannte Nahrung. Ja, gut. Machen wir nochmal Fisch. Dürftige. Ja, machen wir doch mal ein bisschen was kochen hier. Wall-E ist alt geworden. Scheiße. So, wann ist denn Schrippi mal wieder normal? Okay, ich muss noch eine Beistreide anhören. Ähm, Toronto können wir machen. Ähm, Toronto können wir machen. Ja, alle sind tot, Leute. Was sollen wir machen, ey? So ist schlimm. Hatten wir eigentlich hier Sinn, können wir auch schon mal... So, gut. Weitermachen. Ähm, dann gucken wir hier mal. Review. Da musst du dich schon schaffen, denke ich. Gut. Dann haben wir echt viel los hier, ne? Es ist echt schon viel los. Und ich denke... Ach ja, ich kann ja nochmal predigen. Jetzt, zack. Predigt! Abfahrt, Leute. Abfahrt! Oh, das sind viele Leute. Und da wollen wir gegen ein Level up hier. Ähm. Und wir machen das erstmal. Und dann machen wir das da unten. Und dann machen wir das da oben. Die zwei. Dann wird's heftig, denke ich. Jawohl, wenigstens das. Richtig gut. Ähm, dann, Leute. Machen wir noch ein Ritual. Das bedeutet, mal ums Feuer tanzen wollen. So, haben wir einen hohen Glauben auf. Sack. Abfahrt. Dankeschön für die Linzen. So, ähm. Ja, wir wollten die Form machen, ne? Oder bauen wir erstmal die Schneiderei. Und dann die Form. Die Form kann auch ein bisschen stehen bleiben, Leute. Auf jeden Fall. So, nehmen wir mal. Was wir für die Dinger. Okay. Ich sag dazu nix. Wenn man dafür nicht vieles bezahlen muss. Dann ist das in Ordnung. Gut. Auf nach Anura. Wir brauchen ein Bett. So. Gut. Also, Leute. Also, wir müssen erstmal nach Anura. Jemanden da finden. Oh, Mann. Ne. Nein. Ich hab's gleich geschafft, Leute. Gut. Nach Anura. Das Düsterholz. Anker-Tiefen. Was hast du für Samensetzlinge? Äh. Hopfensamen. Naja. Das ist Anura, ne? Ja. Abfahrt, Leute. Gehen wir erstmal da rein. Und dann gehen wir nochmal ins neue Gebiet gleich. Ähm. Was willst denn du? Haro. Okay. Gegner und Anura sind stärker geworden. Ja. Gut. Man, da kann ich mir nicht so ein bisschen krass sein. Und dann denken. Au. Gut. Gut. Okay. so leute ich bin wieder da ich hab das mal geschnitten ich wollte das nicht so lange aufhalten lassen und ja so abfahrt nach hause machen wir den boss noch so 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 Was? 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 Awaa! um nicht mehr das mich ich werde das nicht um 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 und da ist doch was gut zeige patin das ging schnell gut ich nehme das geschenk mal mit hier mal gucken was das ist auge des zeugen das ist gut leute mir können das abgeben jawohl nein leute wir gehen nicht noch mal zu hackett wir müssen auch langsam alle ungläubigen geläutert super sieben minuten habe ich nur gebraucht das ist auch ganz so poppy ist ja gestorben leute ich habe das ja geschnitten der ist in der zwischenzeit wo ich dort war gestorben aber leute es sieht zurzeit echt gut aus hier so haben wir den radioaktiven ergebender dünger tot ich weiß nur warum die hierher kacken und nicht guck mal so wo ist denn streby bitte 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 richtig gut ok da nein was ok dann erlösen wir den auch mal sind wir bei tag 40 leute tag 40 ist eine schöne zahl ich guck mal vor die ist halt schon sehr alt da kann auch mal beißen anhören und dann guck ich mal hierher ja was haben wir denn ja alles da brauche ich baumwolle ok und anhängerfleisch ja das habe ich zwei das wäre was cooles für brauche ich baumwolle aber denke ich müssten wir zusammenkriegen hier so erstmal das holz bauen steine können wir auch noch mal bauen dann bauen wir minzen auf jeden fall obwohl ich habe den nübel abgekriegt gut dann machen wir noch eine predigt wir könnten auch ein doktin machen das ist auch ziemlich gut hier Leute das ist nur Traubein sammeln es wird Zeit Leute dass wir hier ähm Baumwolle habe ich gar nicht oh dann wird es da geh ich eine Wäsche holen und das ist auch mal danke schön müsste reichen war jetzt auch übel teuer hätte vielleicht auch gereicht wenn ich bis zwei oder drei geholt hätte no Eins, zwei Gut, Gartenarbeit ist gemacht, Leute Das heißt, wir können mal kurz hier reingehen Machen noch eine Predigt Ganz fix an dem Tag hier Und dann denke ich, gehen wir noch mal ins neue Gebiet Wir haben ja schon genochen Ach ne, wir können auch noch das Auge Abgeben, das mache ich heute auch noch So, ohne So Ich möchte, dass wir den Sünden noch weitermachen Das sind da als Belohnung für mich Nimm mich Vielleicht kommen wir da auch schneller Ähm An die Robe Leute, Jija Da wird da eins gekriegt, ey Das ist wohl jetzt ein Ritual, oder was Nö Okay, Dirk, Ian Das ist geil Das ist geil Oh, ich hab die Leute vom Schlafen aufgehalten, Mann Ey, das ist doch nicht euer Ernst Alter, wie könnt ihr denn kennen? So Okay, ähm Baumwolle Was können wir uns gerade so schönes bauen? Das können wir verbessern Das war's dann mit meinem ganzen Zeug Anscheinend Ja, das war ein bisschen viel Aber naja So Dann machen wir hier alles sauber Ähm Wollen wir uns ein Dings holen? Komm, Pudding Wir nehmen dich mal mit Wollen wir uns ein Dings holen? So Ja, die könnten wir eigentlich auch holen Aber das machen wir später Denke ich Ja, gehen wir erst mal Das Auge abgeben, Leute Und dann Ach wann, nö Will ich nochmal In die neue Ebene Ja Weil die neue Ebene ist schon irgendwie cool Und ja Mein Ja, sein Auge des Zeugen Uns fehlt noch eins Jetzt noch eins Hat Ansprüche, Leute Was soll das? Schlimm Gut Na gut Jetzt haben wir Tag 41 Da kann ich Auch nochmal predigen Noch ein Beißstuhl Noch ein Beißstuhl Okay Und dann haben wir noch ein Beißstuhl Oh, die schwarze Krone ist cool Oder irgendwie auch haben Und dann Leute Denke ich Wir gehen nochmal ins neue Gebiet War ja ziemlich cool dort Ja, kranko Ich habe kein Geld für dich Sorry Münzen brauche ich selber So Okay Diesmal keine Dommerbüchse Schade Dafür aber sowas Vielleicht hätte ich Wie ein bisschen Was ist denn das? Kommt alle her Kommt alle In einem Palast Wunderswahrers Glänzt oder ist goldes Höhle des Mieters Sieben Tage Die Woche Geöffnet Höhle des Mieters Werden wir heute noch hingehen Leute Was Jep Jetzt haben wir nichts dagegen Ah, diese Packnabio Okay Blaue Herzen Nimm ich gerne mit Hab dann nichts dagegen So Na toll Hallo Shamura Okay Wenn wir dir nichts zu tun haben Fightermans wieder leider Oh komm Na komm Das war easy Auch ganz okay Mach das So 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 Das große Einwohner Schmeck haben Nein, die Seite will ich schon mitnehmen. Okay. Dann ist das geil. Das ist ein Anhänger. B ist schnell. Man kann nur hier lang gehen und dann da. Ich brauche zur Zeit noch keine Anhänger, Leute. Hallo, Kater. Ja, das nehme ich mir. Dankeschön, tschüss. So. Kämpfen, Leute. Kämpfen. Hallo, Fanura. Oh, Spiderman ist weg. Nein. Oh, nein. Nebromanten-Donner, bitte. Nenn ich sehr gerne. Spiele ich gerade irgendwie sehr gerne so was. Macht ja irgendwie Spaß. Oh Gott. Ähm, ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh shit. Kürbisse. Der Nachteil einer Donnerbüchse ist halt diese Ladezeiten, die sind schlimm. Au, Eichstorff. Geh du jetzt mal weg mit diesem Scheiß-Protektieren, ey. Wo, ja, gehen wir erstmal hier lang. Eichstorff. Mann. Gehen wir nach oben. Ja, ich bin mal ne Karte. Fluchangriffsschaden erhöht sich. Nehmen wir das. Und... Ich hab nicht so viel Münzen. Das wird doof. Ich hab auch einen Schottenangriff, hab ich grad gemerkt. Wir müssen den Leuten auch mal wieder Geschenke geben. Dann fällt mir grad ein. Geschenke. Oh. 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 Donnerbüchse? Schade. Und wer denn das? Donnerbüchse behalte ich. Aber hier ist der Boss. Ne, gucken wir mal hier runter kurz. Ob hier noch irgendwas ist. Ich hab's gewusst. Leute, ich hab's gewusst. Sind mir wenigstens gut gewesen und sind wenigstens noch mal runtergegangen. Ich hab mich so schlecht gefühlt, Leute. Okay, gut. Ich hab ein bisschen auf den Sack gekriegt, aber macht nix. Was ist denn das? Rote Beete-Samen. Ich beschwär mich nicht. Wenn man ne Sünde bekommt, ist doch auch gut. So. Leute, ist geil. Ich find das, ich find dieses Level richtig gut. Mir gefällt das richtig. Übertrieben geil, Leute. Oh, was ist denn jetzt? Da bist denn du. Da war das? so halli hallo hallöchen moin was willst du denn anführer bruder hat sich findet trainer in düsterholz naja kann man machen so taranto nicht gut so viele tote auf einmal ja dann machen wir das hier noch dann holen wir die ganzen leute hier ran den lassen wir so den haben wir ja gefunden sollten mehr retten deswegen lassen wir den so da kann gerne beten gehen das war ja ein das war ja dieser eklische boss wepper was zeigt so dann wollen wir mal gemeinsame unterkunft trommelkreis paarungszelt getränkehaus ja machen wir das erstmal erzeugt sünde ist auch sehr gut wie gesagt es wird dann zeit dass wir doch mal dann langsam die form machen und dafür brauchen wir dieses kackholz ist ja ist ja nicht neu grad dass man das holz dafür braucht aber das haben wir ja so dann gucke ich mal holz haben wir 71 können wir noch mal welches machen hier steine wären ein problem hier haben wir noch die genügend dinger hier dann haben wir hier noch ein bisschen gras rein so dann ist ja noch fisch haben wir hier noch was schönes beiste könnten wir noch nehmen von jemandem dann nehmen wir mal dino gut und ich möchte dann wenigstens noch in die höhle von midas höhle von midas da hat ja nicht lange gedauert hier was? nicht so lange? was soll das? so ist ja irgendwo baumwolle ja hier nehme ich sehr gerne steine nehme ich auch übertrieben gerne gerne ja ich wissen ja irgendwie holz ist schnell weg aber Leute wir haben keine probleme gerade wieder mit holz finde ich sehr gut da können wir uns auch ne passt erstmal so äh dann haben wir das und können das herstellen uh das war knapp da 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 wo ist strebih? hier wo ist das nicht verfügbar? nein nein ja dann ziehen wir das Dino an ja dann ziehen wir das Dino an oh was blau Leute ach das kostet immer wieder so viel okay dann ist es ja total bloß ähm gut aber man macht ja nichts draus wir gehen einfach hier rein machen kurz Ritual Krone fertig und dann gucken wir mal ähm 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 heilverwaffen machen wir erstmal dann da hoch und dann gucken wir mal ähm ähm ach ist schon geil das Game ist wirklich sehr geil macht auch immer noch voll Bock oh wir haben schon wieder so ein Ding gekriegt ey was ist denn hier los oh na ok wir brauchen 10 Eifer wir machen jetzt erstmal Sünden voll und in Sünde geboren Anhänger die im Kult ausschlüpfen kommen mit etwas Sünde auf die Welt blinde Treue Anhänger die im Kult ausschlüpfen ausschlüpfen bekommen mit viel Loyalität auf die Welt hätte ich lieber das und dann wird es langsam Zeit Leute die Leute auszuschlüpfen denke ich also mal doch die Gutstädte zu bauen aber da müssen wir halt mal ein bisschen worten bis wir Inspiration tanken wie gesagt wir wollen wie gesagt erstmal die Form im Tempel wir könnten doch den Level Tempel Level 2 machen achso stopp falsch hier drehen ok dann machen wir nochmal den Tempel auf Level 2 Abfahrt Leute geil dann gehen wir mal in die Höhle von Midas Höhle des Midas gut das Hift Jetzt gibts auch schon 2 Sünde Öhne Ah so habt ne abkling Zeit ok Dann haben wir den Kult verbessert abон schon geil so okay komm wir spielen einmal geil was okay wir haben ja eine Sünde geil das hat auch das hat auch einen Cooldown nein Polly ist gestorben schade okay wie gesagt sterben wir uns alle weg wir müssen langsam mal jemanden wieder wiederbeleben ach ja 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 wir haben ja schon so viele Tote wenn du als Fletcher Skelkat meine Güte leider leider okay dann gucke ich nochmal was ich hier eventuell bauen kann damit es ein bisschen schöner zur Zeit nix und dann gehen wir noch einmal kurz in die Liedershöhle und dann gucken wir mal da was da abgeht ey oh das kostet ja alles Gold anhängeropfern ja gut ähm okay das ist auch geil ach sonst ist ja nix ne schade 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 Schokolade ich dachte das wäre mehr ach sonst ist geil gefällt mir richtig so gucken wir haben wir das damit gleich vollkriegen ne 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 natürlich nicht na damit ah sieht schon wieder schwierig aus ja Freunde dann war es das für heute wenn es euch gefallen hat dann gerne dem Video einen Daumen nach oben da lassen und ein nettes Kommentar und ein Abo und dann sehen wir uns macht's gut ciao kakao und mit viel wow macht's gut ciao